Willkommen zurück, Freunde der Sonne, zu einer weiteren Folge Stalker Gamma. Ja, Freunde, in dieser Folge möchte ich natürlich mit euch endlich mal unseren guten alten Freund besuchen. Warum habe ich hier eine AK mit? Genau, ich habe ein bisschen mein Loadout ein kleines bisschen verändert. Wir haben die Feuerachs mit, wir haben die Desert Eagle in Black mit. Ja, ich habe auch noch eine goldene gehabt, aber ich finde die in Schwarz viel geiler. Genau, ein bisschen Munition dafür. Ähm, müssen wir ein bisschen aufstocken. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, quatschen wir gar nicht so lang, sondern wir gehen direkt los. Ja, ich bin halt immer noch auf der Suche nach den Expert Tools. Es ist, also wirklich, ich dachte mir, okay, ich farm, ich grind jetzt eigentlich die ganze Zeit nur noch, bis ich halt die Expert Tools habe und nehme halt dann weiter auf. Was ist das? Okay. Rechts oben war da so ein Balken. Ähm, ja. Aber anscheinend finde ich keine. Keine Ahnung. Und da hatte ich dann auch mal mich belesen, dass relativ viele dieses Problem mit den Expert Tools haben. Also, ich suche die ganze Zeit in Raider. Limansk soll ja anscheinend nicht so, äh, für, also im nördlichen Bereich zählen. Also, alles so, Red Forest, äh, was gibt's noch, äh, CNPP, ähm, Pripyat, Outskirt, äh, so in dem Dreh. Aber, ja, das ist halt so die Sache. Genau, hier machen wir mal unseren Badge ran. Ja. Weiß nicht, ob die uns da kennen, aber ist ja auch egal. So, ja, ist halt irgendwie, weiß nicht, schade. Also, es hindert mich ein bisschen an, äh, gewisse Sachen zu verändern. Ähm, aber ja. Ich hab noch einen, äh, Ja, kommen wir da rein. Ich weiß halt nicht, ob wir erkannt werden. Als, Moin, Meister. Ja, gut. Bitte schläfst du nicht. Hast du eventuell, äh, Munition? Nein, hast du nicht. Okay, gut. Dann wollte ich dich nicht stören. Und wir gehen weiter. Freunde. Ja, die Sache zieht mich halt ein bisschen runter. Finde ich wirklich schade. Aber gut, ich probiere halt das Beste rauszumachen. Und irgendwie, also ich hab jetzt schon, ich hab gedacht, okay, gut, vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher, wenn ich zwei oder drei, äh, ähm, Mechanics hier, ähm, Requests mache und da halt, ja, immer Expert-Tools nachfrage. Beziehungsweise die wollen dann halt Expert-Tools, aber ich bekomme immer noch Basic und Advanced. Das ist echt komisch. Naja. Und. Dann, äh, hab ich natürlich hier fast 100, äh, Stashes gefunden. Ja, dann kriegt man ja hier ein Achievement und hier, äh, fast 50 PDAs abgeliefert. Mal gucken, ob sich's irgen, ob da sich irgendwie was ändert. Ich, ich bezweifle es aber wirklich sehr, so was, ach so, dass der Katz, okay. Bisschen Katzen. Schön. Haben wir Granaten mit? Nö. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Vielleicht wär's ja auch schlau gewesen, noch ein bisschen, äh, Wodka oder so mitzunehmen. Aber ich denke mal, wir haben genug Wasser. Wir haben genug Coffee. Wir haben genug Energy. Sollte also okay sein. Ist das wieder schön? Ich will gar nicht stehen bleiben, weil ich nicht weiß, ob die Katzen denn hinterher kommen. So. Ich weiß gar nicht, ob wir hier gerade richtig laufen. Wir haben auch noch einiges vor uns, sagen wir es so. Bloß, ich dachte mir ja gut, das mit den Expert Tools geht vielleicht besser. Probern. Und wir laufen falsch, wir müssen in die Richtung. Aber ist nicht so schlimm. Oh, die Axt ist auch geil. Ja, ja. Boah. Aber auch vor allen Dingen, wie das Schwarze so im, im Licht. Ist schon nice. So, ich hoffe, dass mein Field of View sich jetzt nicht verändert hat. Ich guck mal. Ne. Achso, speichern wollte ich. Genau, ein paar Dokumente müssen wir noch holen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ja, Psy Research Documents. Ich kann die nirgendwo abgeben. Ist halt auch nice, ne? Schön. Gut. Dann, äh, habe ich eine Idee. Und zwar gehen wir runter. In der Hoffnung, dass wir da runterkommen. 7 Uhr und 23. Gut. Ja, dann sind wir auf jeden Fall schneller mal unten im, äh, Home Underground gewesen, als, äh, gedacht. Eigentlich kommt man ja hier erst hin. Wenn man Stralogs Hideout finden muss. Jetzt sind wir hier so schon drin. Ich erinnere mich an diesen Gang. Ja. So, aber wir können hier schon mal ein bisschen abfahren. Die Kisten, den brauchen wir später nicht. Hier ist nichts. Stimmt, hier war ja ein Controller. Ja. Ja, so einen kleinen Scheiß können wir ruhig mitnehmen. Und ich muss echt sagen, mich interessiert richtig die Lore hier hinter, also hinter, hinter den, Tunneln und so, ne? Wie sowas hier, also was das mal war, finde ich sehr interessant. Zählt wahrscheinlich nicht mal als Dash, glaube ich. Wie fahrt ich? 93? Oder 94? Ich glaube, das hat sogar gezählt. Wow. Mit einem, naja. Ich glaube, da drinne war ein Bloodsucker. Ah, hier ist ein Boo-Rod drinne. Ach, der Heilige. Joa. Weiß nicht. Den können wir auch nachher bekämpfen. Eigentlich hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Weil ich, ich finde, wir haben noch ein kleines Stückchen vor uns, bis zum Sumpf. Great Swamp. Oh, und ja. Was ich auf jeden Fall, ähm, die ganze Zeit überlege, in, in, in welche Richtung geht, also wird die Story gehen, von, von Stalker 2. Also, wird es genau dieselbe Story sein, halt nur mit verbesserte Grafik, oder wird es nochmal eine andere Story sein? Also, oh. Man sieht es jetzt leider nicht. Probier ich es, oder probier ich es nicht? Halbe Stunde ist um, ja. glaube ich soll es probieren, oder? Na komm, let's go. Sehr gut. Haben wir ja gut eingeschätzt, äh, ne, da lang wollte ich jetzt nicht. So, wir wollen da lang. Bei den mega, elektro ball. Klopp, dort hin. Das sieht doch gut aus. Die Diegel könnte aber beim Schießen echt, wirklich laut sein, aber die hat auch Rums. Hm. Hier höre ich direkt. Das, also, das hört sich zu 100% nach dem Blattsacker an. Ähm. Ne, schön, nice. Ich glaube, in der Theorie müssten wir geradeaus. Ja. Ich glaube, hier ging es lang, oder es ging, doch, hier geht es lang. Aber geradeaus möchte ich nicht. brauchen wir auch erst, zumindest erst mal nicht. Ah. Alter, Finne. Das ist so ein Riesen. Der hat Bock. Der hat richtig Bock. Äh. Wisst ihr was? Dann rennen wir da lang. In der Hoffnung, dass er, äh, uns jetzt gerade nicht fokussiert. Weil er gerade beschäftigt ist. Und das Ding ist halt, die USP hat irgendwie nach einer gewissen Zeit, ich weiß, bei Regen, äh, verlieren die Waffen halt schneller an, äh, an Condition. Aber die hat nach und nach echt sehr schnell nachgegeben. Und ich dachte mir, gut, äh, so oft wie man halt quasi schießt, hallo? Äh, trifft und Schaden austeilt und, äh, wisst ihr? Weiß nicht. Steht es, Stand ist nicht mehr im Verhältnis. Oh, hi. Ja, gucken wir mal hier rein. Aber ist wie immer nichts drinne. So, jetzt bin ich, ich wollte nämlich eigentlich hierher, um hier rauf zu gehen und um zu gucken, wo wir lang müssen. Weil hier, äh, ich glaub, dort lang. Weil da ist ein Zaun. Ja, wird schon. Das wird schon, Freunde. Ähm. Da knallen wir uns auf jeden Fall rein. So. Das wird schon. Solange hier keine Chimera irgendwie Bock hat. Das, das, das. Genau dort lang. Weil ich finde, das, also, das verfehlt man irgendwie relativ leicht. Meiner Meinung nach. Also, in den anderen, äh, Runs, die ich hatte, da hab ich das echt schnell verfehlt. Obwohl ich einfach nur, ah, seht ihr? Ja, 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 dann bin ich die ganze Zeit hier so lang. Ah, da könnten welche sein, aber, da ist drauf. So, gut. Händen wir nochmal an Energy, weil, hier könnte es knuspern. Oh, das knuspert richtig. Oder? Eine Radioaktivität ist, wartet mal, zählt das jetzt als? Nein, zählt nicht, okay. Ja, keine Ahnung. Ziel wenigstens, ach so, da kommt man nicht mal rein. Okay. Moin, Meister, erstmal speichern. Moin. I've heard that Sherlock's still alive do you know where he is? Ähm. Ja. Ziel. Underground hideout. Ach, zum Glück waren wir da ja nicht eben. Okay, äh, ist wirklich einfacher gedacht. Also, war wirklich einfacher als gedacht. Ich dachte, hä, hier knallt die Radioaktivität, so wie in den anderen Teilen und so wie in IFP, aber. Ich glaube, da kann man eh nicht hin. Hä, aber hier knallt ja gar nichts. Also, so, wirklich gar nichts. Und hat, der hatte doch eigentlich auch mal einen Hund, oder? Der hier immer saß. Ja gut, Freunde. Denn, äh, würde ich sagen, äh, was machen wir denn? Ist noch so viel Zeit? Holen wir uns die Anime-Documents, glaube ich, nochmal. Und dann, äh, dürfte die Folge eigentlich, denke ich mal, vorbei sein. Ja, naja, das stimmt ja, die Scheiße habe ich ja auch noch. Weil ich immer jedes Mal nie irgendeine Sprengladung oder so mithabe. Für die komischen MTVs, äh, also, beziehungsweise Panzer. Das auch nochmal, ja, ich bin halt immer die ganzen Stashes hier abgegangen, aber, naja, hier ist halt noch einer, aber, ist halt, alles, also, man sagt ja, alles hier über, da gibt es Expert-Tools, so. Ich war aber, ich war hier, ich war, naja, in diesem Bereich, in diesem Bereich war ich, ich war hier, ja, ich war auch schon hier, ich war auch schon hier, weil hier auch nochmal ein Stash war, an, ich glaube, hier an der Seite, da war auch keine Radioaktivität, komischerweise. Genau, das Einzige, wo ich noch nicht war, war halt wirklich Outskirts. So. Und, hier wollte ich nicht weiter vordringen, wegen, naja, falls irgendein, ne, irgendeine Mission getriggert wird, wisst ihr? Da will ich euch ja, so gut es geht, halt immer mitnehmen. Jo. Dann würde ich sagen, laufen wir mal. Da sieht man leider nicht, oi, das ist aber wild. Laufen wir mal in Richtung Enemy Documents. Also in den ersten, ich glaube sogar in den, im normalen Teil, ist hier auch sehr viel Radioaktivität, also da knallst richtig rein. Aber es kann halt auch sein, dass es schon ausreicht, dass man das halt gar nicht mehr merkt. Keine Ahnung. Oh, okay. Hier knuspert es anscheinend. Naja. Aber auch nicht tragisch. So. Oh, nee, ne. Ja, die macht halt, wie gesagt, rums, ne. Also, wenn du denn triffst, dann triffst du richtig. Ich finde, ja, die Condition hält sich. Mir ist schon nämlich öfters, äh, ja, vorgekommen jetzt, sagen wir es so, die USP hatte dann keine, nicht mehr richtige Condition, dann schießt ihr echt, extrem beschissen, also, äh, jammt sehr oft und macht dazu auch noch sogar wenig Schaden, so, weißt du? Das war dann halt so der Punkt, wo ich gesagt hab, alter, gar kein Bock mehr. So, ich hoffe, die bleiben alle stehen. Ah, gut. Und dann dachte ich mir, ja gut, hab ich, ich hab dreimal die Digi gefunden, das muss ein Zeichen sein, vor allen Dingen, die, ähm, die, die, die anderen Fraktionen kriegen ja mit der Zeit immer bessere Amor, ich glaub, je höher der Rang ist und ich bin jetzt, boah, welcher Rang bin ich? 41. So, das ist ja, und ich bin eigentlich gefühlt am Anfang, bloß, weil ich halt nur probiert habe zu farmen, also die Expert Tools. die Wahrscheinlichkeit, dass halt in den grünen Stashes ein Toolset drin ist, ist sehr hoch, ich glaub, ist sogar 100%. Und ja, ich hab auch mir wieder ein kleines Messer geholt, weil es nicht so klobig ist. Und, äh, ja. Ansonsten, so viele PDAs krieg ich halt auch nicht, was echt komisch ist. Achso, wir müssen da runter. Ja, ist schon. Oh. Hä? Und das hat jetzt, nicht als Stash, das, also das verstehe ich nicht. Aber gut. Äh, ja, den Scheiß brauchen wir eigentlich eh nicht. Und so viel mit, äh, weiß ich nicht, Craft mach ich ja auch nicht. Sondern ich repariere halt viel. Du kommst hier eigentlich nicht wirklich voran. Also, den Scheiß kann man gut verkaufen. Hier nochmal. Mir ist halt auch aufgefallen, dass mein, meine Knives, äh, keine Prozente mehr verlieren. Also, es ist halt, so richtig verstehe ich es nicht. Das Einzige, was ich wirklich schwieriger ist, also, was wirklich schwieriger ist, ist halt einfach an die, ich sag, Expert-Tools-Set zu bekommen, weil ansonsten kam ich halt echt wirklich gut durch, ne? Geld machen ist halt auch nicht schwieriger. Oh, ne, da ist schon wieder eine Katze. Da höre ich doch nicht Vieh. Aber wir müssen ja da lang. Dann soll das hier irgendwo sein. Ah, gut. Documents. Ja, und hier in den Dingern soll es ja halt auch eigentlich drin sein, ne? Also, in der Theorie. Aber, gut. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Ich hab wirklich so viel Kladderer-Datsch, Freunde. Das ist unnormal. Ähm. Machen wir das Target? Könnten wir eigentlich noch machen, war? Ja, kommt. Warte mal, da ist. In der Theorie. Ja, laufen wir gerade aus. Also, zumindest nicht direkt gerade aus, weil da ist Strom. Ähm. Und Feuer. Und alles, was weh tut. genau auf der Seite. Ist das Feuer? Okay. Oh, genau. Oh, Genau so, dass man da reinrennt, oder? hallo? Ja, aber die Kulisse finde ich schon nice. Also. Dann machen wir das noch für Aslan. Safe in the Dirt. Okay, lasst uns erstmal das machen. Safe in the Dirt. Oder sind Katzen, Egal, Schiss doch. Das hörte sich nach einer sehr großen Katze an. Sehr, sehr großen Katze. Hier ist aber auch ein Feuer. Wie gesagt, also später weiß ich ganz genau, dass wir in, im Tschernobyl CNPP sag ich so, wie es ist, da sind nicht mehr so viele Feuer. Und deswegen gönne ich mir einfach den Luxus, ne? Weil, zu speichern ist wirklich Luxus. Ah, hier. Ja, ist ja wunderbar. Äh, ja, nehmen wir mit, damit wir wissen, okay, wir haben die Scheiße. Ja, aber ansonsten brauche ich den Mist hier eigentlich nicht. Halt einfach so, ja, halt da, ne? So. Dann haben wir jetzt noch, sind dort, okay. bin ich mal gespannt. Granate haben wir nicht, okay. Okay. Ich steppte da jemand, oder? Nee, okay. Oder sind so viele. Egal. Alter, okay. Okay. ist okay, großer. Das ist okay, großer. ich glaube, ich glaube, ich glaube, das war's halt auch, ne? Das ist ja genau das, was ich meine. ist halt, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Du bist halt in der Lage, in wirklich kürzester Zeit, kürzester Zeit so viel Damage zu machen. Schnauze. Schnauze. Schlecht dich ab, junger. so. Ja, davon habe ich auch einiges, äh, nichts. Uh, man, PDA. Traveller Backpack. Okay. Ja, ich bin halt, wie gesagt, immer noch mit meinem Hunters Kit, äh, unterwegs, weil, ja. Macht halt lau-, also was heißt macht Laune, aber es bringt dir keinen Nachteil, also überhaupt gar keinen Nachteil, wisst ihr? und wir hätten den umgebracht. Da frage ich mich manchmal, äh, warum haben die so viele Waffen immer mit, ne? Ah. Taktack. Die Sachen können wir verkaufen. Ah, das Heft hier nehme ich jetzt nicht mit. Stimmt, da oben ist ja noch. Ach nee, war nicht. Ey, wir hätten dich umgebracht. Raider, okay. Joa, haben wir einen Diamond Suit, ja. Dissemble. Dissemble. Storage. Wir sind ja jetzt auch nicht mehr angewiesen, irgendwelche, ähm, Teile von, von Mutants zu, 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 also wir brauchen eigentlich keine, weil wir haben genug Controller-Sculps, wir haben, ja, okay, Pseudo Giant halt, äh, hätte ich gerne noch einen, anstatt den hier, aber, ist ja egal. Ähm, genau. Die gute Tun-Fischdose. Ansonsten war's das hier, wa? Gut, klar, ich könnte hier noch, was ist das? Doch, das ist da drin. Uh, da ist sogar noch ein Stash. Könnte man, könnte man ja noch mal hin stolzen. Hinstolzieren. Müssen halt nur aufpassen, hier wegen unserem Arm, ne? Oh. Ich denke mal, das sollte fit gehen. Hoffentlich. Oh, nee, ne? Ey, Seehund. Sagte er, wir müssen aufpassen. Dann sieht er den scheiß Köter nicht. So, aber ist okay. Tatsächlich finde ich das mit der Tiefenschärfe echt, äh, angenehm. Also, wirklich sehr angenehm. Gibt's hier irgendwas? Ne. Guck mal, ich hab jetzt paar Schuss und das war vorher, ich hab jetzt ein Prozent verloren, ne? Ist halt krass. Ja, kann ich euch auch mal zeigen. Ich bin sehr viel gerannt. Aber ja, keine Ahnung. So. So, wie sieht's hier aus? Ist hier irgendjemand? Ne. Mal hier. So, und hier irgendwo müsste ja... Weißt du das? Ja. Und Gunsmithing cool, das krieg ich auch oft. Also, ja, komm. Mach mal so. Sortier ich den Bums aus. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber gut. So, und dann hatten wir noch einen in der, in der Base, ne? naja. Ja. Okay. Ist okay. Ich weiß gar nicht, ob der Typ, der Bar-Typ, der wird wahrscheinlich... Ne, der hat keine Munition. Und hier liegen halt immer noch welche, ne? Krass. von meiner damaligen Aktion, sag ich mal. Oh, cool. Ja, also, hier ist wirklich alles wie ausgefegt, ne? Ah, hier. Guck mal. Hier, Sky. Da ist noch jemand. War jemand. Hast du ein PDA? Nö. Aber das Gute ist halt, die haben immer Geld bei. Die haben immer Geld bei. Uh, noch ein PDA. Also, so viele PDAs, äh, in so einer kurzen Zeit, äh, ist schon rekordverdächtig. Mhm. Very interesting. Spy, was für Spy. Hüff. Achso, ja. Hat mich gerade gewundert. Vorhin noch, vorhin noch gelabert und jetzt, äh, ja, nach hinten können wir ja nicht. Okay. Ja. Der Typ ist ja auch dead. Ey, man kann hier halt nix machen, ne? Ja, hier. So, wo ist denn der grüne? Achso. Wo bist denn? Da. Müsste ich auch mal die Batterie wechseln? Rechts oben. Oh, wartet. Okay, wir können hier auch keine Munition kaufen. Ist aber nicht schlimm. rechts oben, okay. Wie sieht's hier aus? Da, da. Der Typ hat Bock. Der Typ hat richtig Bock. Äh, ja genau, die Sachen können wir hier. Ja, so ne Sachen halt, ne? Komm. Ich weiß auch gar nicht, warum die mehr geben, als dieser random Typ. Also, der führt alles verkauft, ne? Ja. Warte mal, hier hinter? Oh, das ist auf dem Dach. Gibt es sogar auf dem Dach, ne? Jetzt hier reinfallen. Okay. Vielleicht hier, ne? Oh, ich hasse sowas, ne? Wo soll denn das Ding sein? Stash. Ja, mega. Ist hier? sieht aus wie ein Stash. Bombastisch. Oh, wenn ich jetzt die Expert-Tools finden sollte, ne? Oh, lol. Ja. Und wieder nicht. das ist so, ja, ungefähr. Was passiert da? Heavy Green Overcoat, ja, nö. Ey, davon habe ich auch genug. Also, massig. Hier, den scheiß drop ich. Brauche ich nicht. Äh, ja. Ansonsten habe ich hier eigentlich wieder nichts, ne? Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das von der Folge. Wir haben echt viel gemacht. Und dann würde ich sagen, was machen wir denn in der nächsten? Das ist halt immer so eine Sache, ne? Weil irgendwie traue ich mich nicht, also zumindest noch nicht, äh, die Sache mit dem Raider. Wobei, da müssen wir schauen. Doch, vielleicht gehen wir es an. Oh, die Revolver. Ne, da nehme ich definitiv noch eine Sekundärwaffe mit. Ähm, Contract Killer, genau. Da muss ich ja auch, also vor allen Dingen für, für diesen Weg, der, der ist ja richtig krebs hier. Ähm, vielleicht ist hier noch die Chimera. Man weiß es nicht. Ähm, und dann könnten wir, na, Pripyat wurde halt so eine Sache, ne? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.